Afrika, der Erdteil der Langen Hälse, Zebrastreifen und der Touristen. Mit Dom DeLuise und Jimmy Walker. Ein heimlicher Verkehr. Diese beiden Chaoten lassen den Urwald beben. Das ist hier ganz anders als in Disneyland. Oh ja. Im Urwald ist die Hölle los, weil diese Jungs zum ersten Mal ohne ihre Muttis unterwegs sind. Um Land und Leute kennenzulernen. Dieser Wilde ist tatsächlich Zahnarzt. Ah, Lamba. Der nimmt sogar keinen Schein, hat er gesagt. Lamba, Lumba. Oh, ich verlange eine Vollnarkose. Und Wurst. Oh. Sie machen eine überraschende Entdeckung. Der Affe versteht hundertprozentig genau, was wir sagen. Nein, aber der Innenaffel. Oh. Das ist ein sehr ausgeschlachtes Tier. Halt, nein. Wirst du wohl aufhören. So wird aus ihrem Abenteuerurlaub... Venedigste. Ja, Schampagne. Zwei Fläschchen was? Oh, Schampagne. ...eine unerwartete Hochzeitsreise. Wer einen Affen hat, muss nicht unbedingt betrunken sein. Gleich. Ah, ist das reiche Luder. Nein! Dom DeLuise, Jimmy Walker, David Mendenhall, Herbert Lomb und Bonzo. Bonzo? Ja, das wird euer neuer Familienname. Auch das noch, Mann. Im Urwald ist die Hölle los, dass es nur so raschelt. Du wirst mir so fehlen. Das meint er übrigens ernst. Schreib mein Paket oder rum mal an. John DeLuise, ich bin mal püschelt. Ich bin ja noch mal. Ich bin ja noch mal an. Ich bin ja noch mal an. Und ich bin ja noch mal an.